Jetzt ein 1 vs. 1 jetzt. Komm, Alter, das musst du schaffen. Wenn du es schaffst, dann müssen alle auf deinen Kanal und ein Abo da lassen, Alter. Oh, shit, okay, Alter. Oh, das hat gegappelt, Alter. Hey, Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Try Jump. Und wir spielen heute nicht alleine, denn heute ist ein Format wiederbelebt worden. Und zwar ein Format, wo schon ungefähr 5 Millionen Menschen darauf warten. Und zwar Hashtag Nachwuchstalent ist da. Und jetzt denkt sich wahrscheinlich der ein oder andere, hä, Fix, was ist denn Nahrungstalent? Erklär mich mal bitte auf. Und Nachwuchstalent ist einfach ein Format, wo ihr als YouTuber die Möglichkeit habt, sich einfach mal hier auf meinem Kanal vorzustellen und vielleicht den ein oder anderen neuen Abonnenten dazu zu gewinnen oder einfach mal halt zu ein paar tausend Leuten Hallo zu sagen. Und heute das Nachwuchstalent ist ein junger Mann, den ich schon ein bisschen länger kenne und seine Streams schon ein paar Mal verfolgt habe. Und zwar Ryan Cole. Hallo. Ja, hi. Ich muss mich so anstrengend zu lachen. Crazy, ne? Stell dich mal ein bisschen vor und sag mal so, wer du bist und was du machst und so weiter und so fort. Ja, also ich bin der Ryan. Hallo Ryan. Ich bin 20 Jahre alt. Und bin Alkoholiker. Ah, okay. Nice. Und ich spiele Minecraft, ja, Minekraft und andere Spiele und lad das dann halt hoch. So wie ich sozusagen. Alter. Ja, Alter, wir haben so viel gemeinsam. Krass. Oh Mann. Wollen wir uns heiraten? Ja, kann mir gerne machen. Aber ich weiß nicht, was deine Freundin dazu sagt. Ah, die macht das schon mit. Die hat da Bock drauf. Oh Mann. Leute, ja, auf jeden Fall. Ryan ist so ein YouTuber, den habe ich... Boah, wann habe ich dich das erste Mal entdeckt? Irgendwann vor... Zwei Monaten, einen Monat, weiß ich nicht. Schon ein paar Monate her, oder? Schon ein bisschen, ne? Und da habe ich ihn auf jeden Fall auf YouTube Gaming entdeckt. Und er streamt halt auch ziemlich oft und er hat ziemlich nice Streams. Daily. Hä? Daily. Tägliche Streams eigentlich. Echt? Alter. Sick. Ja, Leute, Alter, wenn ihr Bock auf Streams habt, wenn ihr Bock auf gute Streams habt, dann schaut auf jeden Fall bei Ryan vorbei. Sind die anderen Leute schon so viel weiter oder bin ich einfach nur scheiße. Ähm, ja, ich glaube das Zweite. Alter, das kann ja nicht wahr sein. Du spielst aber auch nicht Try-Jump, ne? Ja, aber es sind halt auch sauwenig Leute hier irgendwie in der Runde drin. Ja, das stimmt schon. Ja, egal. Viele lieben halt auch immer. Ach ja, was ist denn eine Team-Runde? Ja, wir teamen die nicht böse weg, Alter. Die haben keine Chance gegen uns. Nein. Aber easy. Ich komme einfach ins Ziel, dann geht das schon. Hoffe ich. Ja, hoffe ich auch mal. Erzähl mal noch so ein bisschen, was du so spielst auf deinem Kanal so hauptsächlich. Ja, genau. Also hauptsächlich gibt es Minecraft Try-Jump tatsächlich, aber ich versuche momentan im Bad Wars besser zu werden. Was ein Zufall, Alter, dass wir gerade Try-Jump spielen. Ja, das ist echt so. Einfach random gepickt, oder nicht? Ja, einfach so. Ich habe mir das jetzt nicht ausgesucht oder so. Ich habe mir gedacht so, ja, ich spiele einfach mal ein Ding, Try-Jump und dann wird es schon. Ja, mal wieder. Im Stream haben sich alle Try-Jump gewünscht. Eindeutig. Die haben sich alle Try-Jump gewünscht und deswegen spielen wir heute Try-Jump. Ja, genau. Leute, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich so, yo, Fix, wie kann ich überhaupt Nachwuchstalent werden? Ich würde auch gerne mal meinen Kanal vorstellen. Und es ist so verschieden, ne? Ryan habe ich jetzt einfach so aus Zufall gefunden, einfach auf YouTube Gaming. Dann habe ich ihn ein-, zweimal geradet oder so, wo er sich auch ein bisschen gefreut hat und gesagt hat, so, oh mein Gott, Alter, was macht Fix jetzt Opfer schon wieder hier? Du warst sogar der Erste, das war mein allererster Raid, der war von dir direkt. Krass, ne? Du wirst noch gar nicht, was Raids sind. Hä, was geht jetzt ab, hä? Ja, ich mache das voll gerne, ich weiß nicht. Du raidest auch immer am Schluss, oder? Ja, meistens so. Ja, ist auch gut. Weil es ist immer cool, wenn die Leute sich noch so freuen und dann, keine Ahnung, da freut man sich selber auch. Ja, ich finde, das macht auch so irgendwie so eine YouTube Gaming Community dann irgendwie draus, so, wenn man die ganzen Push-Streamer weglässt und die... Ah, ja. Ja, aber... Soll ich schon ins Ziel springen? So, jetzt ganz kurz, also ich hoffe, ich hoffe, ich habe dich warten. Warte, lass mich noch einmal tryen. Ja, okay. Oh Gott, ist ja Try-Jump, weiß ich. Alter, warte, ich lege. Aber Leute, wenn ihr euch bewerben wollt, für Nachwuchstalent, also wenn ich euch jetzt nicht irgendwie zufällig sehe auf YouTube Gaming oder irgendwo, oh, Springstil, dann schreibt jetzt am besten einfach mal einen Kommentar und schreibt irgendwie Hashtag Nachwuchstalent euren, keine Ahnung, vielleicht eine kurze Beschreibung zu euch oder was ihr macht so und dann schaue ich mir euren Kanal an und vielleicht habt ihr Glück und ich schreibe euch an und sage, jo, willst du beim nächsten Nachwuchstalent dabei sein, bla bla. Und ein Nachwuchstalent wird vielleicht so ein, zweimal maximal im Monat kommen, also ich will jetzt nicht, weiß nicht, jede Woche fünf Leute pushen oder so. Die nächste Folge kommt eher in zwei Monaten. Ja, wahrscheinlich, Leute. Also wenn ich einen coolen Kandidat finde, dann kommt die nächste Folge und wenn nicht, dann halt nicht. Aber das wird schon irgendwie, Leute. Bewerbt euch einfach, wenn ihr einen coolen Kanal habt, dann schaue ich mir euren Kanal an und dann wird es schon. Okay. Drei. Let's go. Oh, ich habe gar keinen Sound an. Oh, sorry, Leute. Ich war vorhin in der Community und da macht es immer so klack, 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 wenn die tausend Leute da laufen. Aber so. Ja, bei Nachwuchstalent kann man immer so deine Entwicklung verfolgen eigentlich. Ich habe mir das mal so angeguckt, die Älteren folgen und weil die so weit auseinander liegen, ist das voll der Unterschied plötzlich, ja. Echt? Ja, gut. Du bist der erste Nachwuchstalentkandidat seit den 100.000, Alter. Aber Leute, ihr müsst auf jeden Fall bei Ryan vorbeischauen und auf jeden Fall ein Abo dalassen, weil ich finde, die Streams sind echt mit die besten Streams auf YouTube Gaming und da müsst ihr echt vorbeischauen. Weil, ja, keine Ahnung. Und die Bildqualität, ne? Ja, nee, es kommt ja nicht aufs Bild an. Es kommt so ein bisschen auf Entertainment-Faktor drauf an. Und ich muss sagen, so andere Streamer, die sagen da nichts. Ich weiß nicht. Die sind auf jeden Fall nicht so cool wie Ryan. Also Leute, da müsst ihr jetzt auf jeden Fall auf den Kanal gehen und ein Abo dalassen. Alles klar, ich bin Amnick. Ab heute rede ich auch nicht mehr an den Streams. Ja, du musst einfach nichts sagen. Ich bin jetzt abgehoben, ich labere nicht mehr. Oh fuck, man. Ich lese doch nicht den Chat. Ich bin Amnick, Alter. Das ist eine Teamrunde. Ja, du musst mir helfen. Warte, warte. Ich renne da in die Mitte zu diesem komischen... Da bist du. Ich seh dich, ich seh dich. Warte, hinter dir ist einer. Oh Gott, hinter mir auch. Oh mein Gott, genau auf mich, man. Nur weil ich Amnick bin. Ich hab einen. Okay, warte, ich laufe einfach in den Kreis. Ich hab dich schon wieder verloren. Ah, da bist du. Komm, wir killen den hier. Oh mein Gott, hier ist einer bei mir. Okay, ich laufe einfach dir hinterher, weil die fokusseln eh alle nicht. Ich bin auch gerade low ein bisschen. Ich müsste jemanden töten. Kannst du mich pushen mit der Hand? Ja. Nice. Alter, komm, die kriegen wir. Wir machen das. Neues Maru-Team, Alter, sag ich dir. Nein, ich hab nicht geboxt. Nein. Alter, hinter uns war noch jemand. Aber eigentlich ist das gut, wenn du Amnick bist, weil dann rennen wir zusammen rum. Ich hab das gute Equip, aber alle fokussen dich. Okay. Ja, aber ich hab auch nicht so schlechtes Equip. Ich hab 2400. Oh, hinter dir ist noch jemand? Ja. Achso, das geht ja wohl. 2400 ist ja ganz ordentlich. Was hast du an Sharpness 3? Ja, Sharpness 3, ja. Was hast du? Sharpness 4? Ja. Alter, sick. Wie viele Coins hattest du? Boah, weiß ich gar nicht. Aber auch nicht so viel. Ich hatte auch nicht viel mehr. Ich glaub nur, ich weiß nicht, 2600, 2800. Ich push dich. Oh. Mit euch? Ja, okay. Hast du Essen zufällig? Äh, nee, hab ich nicht. Oh, ich bräuchte aber auch ein bisschen was zum Essen. Aber ich glaub, hier hat sich niemand was gekauft. Oder? Ja doch, die anderen. Die, die halt weniger Tokens hatten wahrscheinlich so. Ah, ich hätt eigentlich auch. Aber ich hab lieber noch meinen Brustpanzer verzaubert, anstatt mir noch was zu essen zu kaufen. Oder so. Ja, ja. Lohnt sich das? Alter, ich bin tot. Ab weniger als 100 Tokens kann man halt nichts ordentliches nicht mehr holen. Ja. Ich hab Essen bekommen. Nein, 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 ich sterbe. Ich sterbe, ich bin tot. Oh, was? Nein, ich bin tot. Was? Ich hab gedacht, wo boostet er mich hin? Oh, ich gewonne noch ein Leben. Aber das ist jetzt ein 1 vs. 1 jetzt. Komm, Alter, das musst du schaffen. Leute, wenn du es schaffst, dann müssen alle auf deinen Kanal und ein Abo da lassen, Alter. Oh, shit. Okay, Alter. Oh, das hat gegappelt, Alter. Oh, shit. Ja, aber den krieg ich locker. Oh, shit. Oh, shit. Was soll ich alles sagen? Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie irgendwo und was. Boah, lasst ein Like da, Leute. Ja, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr auch ein Nachwuchstalent werden wollt und bewerbt euch da gerne. Schaut jetzt unbedingt bei Ryan vorbei, er ist hier an der Seite verlinkt, also klickt da mal drauf und lasst ein Abo da. Wie viele Abos hast du momentan? Boah, 2.500. Ja, Leute, da machen wir doch locker die 5.000. Ehe nicht. Ehe nicht. Okay, Leute, ihr habt eine Challenge. Mensch, vielleicht schafft ihr die 5.000, vielleicht auch nicht. Schaut bei Ryan vorbei, wie ihr Bock habt. Ich sage danke fürs Zuschauen, gebt ihm eine Chance und bewerbt euch und lasst einen Daumen oben da und ich sage einfach nur noch Tschüss. Tschüss. Tschüss.